hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren folge league of legends renke 33 mit mir kreditschark akka du hast du viel zu viel zeit gelassen ja auch mit mir wieder nach dem tag michael warum habt ihr euch zu viel zeit gelassen ich habe total spät gemacht wir sind doch immer noch am lading screen ladings ja laden alle 100 prozent sonst 200 prozent ja jedenfalls spielen gegen full skin team michael scheiße habe ich gehört weil er kein skin hat und deine mutter scheiße ich war gestern echt scheiße ich weiß sie ist eigentlich immer sehr zufrieden nicht gestern nicht gestern ich gehst robert wie fandest du sie gestern also ich bin eingeschlafen eine fremde stimme gelacht ja wir haben einen geheimen pieper also einen geheimen piep zuhörer um genau zu sein ja unseren piep zuhörer auf jeden fall genau das ist die piep zuhörshow alt wir nennen ihn auch evo 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 wie ein evo soll ich jetzt hallo sagen oder na jetzt ist es schon zu spät jetzt musst du hallo sagen hallo evo hallo evo ja evo spielt nicht mit evo will nicht evo ist scheiße und er will nicht evo will nicht im 3 gegen 3 mitspielen evo lol alter wie ich in die rumbacke alter du backst doch immer in mir rum ey ja stimmt jeden sonntag und montag alter jeden sonntag und montag wieso sonntag und montag ich hab keine ahnung ich kam jetzt einfach auf diese zwei tage also ich finde ja ich finde ja den freitag und den montag also ehrgeizt die minuten sind doch nicht auf die kenne als schminnens gestraust ja jetzt kannst du pingen ja ganz brav hast du gemacht Kassadin ist top ok du zerstörst ihn ok und da ist Wukum Hallo Wukum hallo Wukum hallo wukum hallo ok wir haben schon Wana aha und Wukum und weiß nicht ob ich schon gesagt habe aber Wukum ja alter machst du viel schaden ich mach dezentlich schaden viel schaden mach hier schweck toll laggy lag lag hat es bei den anderen Schaller ja bisschen naja ja ja ich bin froh dass es jetzt nicht wieder an den Frames liegt so jetzt könnt ihr auch wieder eine runde rumsteinen alter rumstone deinigen ja ja genau K war schon immer sehr stoned ja ha ha oh mein gawd das war jetzt schon mal SS Shivan ja hab schon gesagt ja Kassadin ist weggegangen und Shivan ist top das war Wurf das war Wurf ich hab ihnen voll eine reingedrückt alter so richtig hart eine reingedrückt ey sind jetzt zwei top oder was wissen ich soll ich mal hochkass Kass äh ja nackt na dann mache ich unseren ok alles klar schön dass wir uns so was heißt was heißt den ihrer das ist unser alter das ist unser alter das ist unser alter nicht Shivan hey they're big ass big ass ja manso dankeschön leute danke dankeschön alter michael war das scheiße alter warum warst du nicht auf der lane äh weil ich den alter eingenommen habe probably wiii ich hab nicht damit gerechnet dass Shivaner kommt und ich sehe grad Shivaner und ich sehe grad Shivaner im selben item angefangen wei SS Shivaner bekommst du ich muss so ja mit level 6 ficken sie hm ok ich hab noch das mal ich hab schon ausgepackt 3k satin was ist raus Er hat ein Level-Up gefeckt, als wir gefeiert haben. Dadurch hat er den Ignite überlebt. Das ist echt ganz schön. Bullshit. Und natürlich habe ich sieben Farmen. Ist das nicht hammergeil? Ich hab 15. SS. Ja, auch bald. Verdammt, yo boi. Vorsicht, da war ein Shiven. Ja doch, da war ein Shiven. Du hast gerade Wilden gesagt. Nein, ich hab Shiven. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich komm auch hoch. Ich weiß zwar, ich krieg jetzt einen. Ich bin unter FIX. Okay, ja, ja, ich war da. Ich war da. Ich habe mitgemacht. Du warst die moralische Unterstützung. Ja, echt mal. Ich habe zwar keinen Assist oder so dafür gekriegt, aber ich war die moralische Unterstützung. Shyvana will... Zieh mal da halt ein. Alter, warum nehmen sie uns denn jetzt mal ein? Ja, das ist echt. Ich glaube, der Shyvana jetzt nach so voll wie, ich will die jetzt töten und so. Ich hab' getötetest du dich. So, ich hab's dir voll gegeben. Ist dir ein Q gegeben, ne? Was sagst du? So, ich guck mal, wo kann ein Anal-Terry fahren? Das ergab zwar keinen Sinn, weil das eigentlich heißt, dass... Ja, wow. 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 Ja, hat er dich genutzt? Ich schaue einfach. Ich glaube nicht, dass wir in Shiven. Nein, 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 nein. Mein hier. Bye, bye. Oh, oh, nein, doch nicht bald, nein. Oh, das war easy. Boah, das wurde ich denn geslouht. Kasae. Beinmal. Dafür jetzt aber wenig Schaden gemacht. Kasae, mach nicht so Schaden. Ach, stimmt ja, die haben mich Exhaustet erst so. Recht haben? Siehste, Exhaust, sag ich ja. Ja, das war das, was du sagst. Genau das hast du gesagt. Oh, jedenfalls. Ich bin mir sicher, das habe ich irgendwo erwähnt. Das und nichts anderes. Du hast es nur nicht gehört. Ja, ganz genau. Alter, der Wukong ist doch ein Drecks. Der Wukong freefarmt irgendwie auch. Ich weiß nicht, wieso ihr das nicht hinkriegt, zwei, den... Ja, weil ich jetzt nicht alleine bin. Ja, und? Du bist die... Wie heißt die Schlappe noch? Ja, ne? Vorsicht, da ist eine Shibana. SS-Kazari. Ja, das war wirklich smart. Ihrerseits. Das ist echt Ulti-Gast. Das ist gefickt. Das ist schlimmer. Naja, hätte ich mal Ulti-Gast, dann hätten wir sie wirklich gefickt. Wir machen nach SS-Kazari. Okay. Merken wir uns? Hm, SS-Shibana, geht back. Zumindest hat sie gerade Backport angerührt. Ja, macht jetzt auch ein Backport. Genau, will ich schon. Genau. Das ist noch das normale Game, wo du eiskalt, äh, hier Dingens getötet hast. Als der gerade am Backporten war. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen du da gespielt hattest. Ich versuche gerade zu überlegen, was du meinst. Wen du meinst. Ja, normalen 5 gegen 5. Vielleicht nicht mehr? Ne. Weißt du nicht mehr an das normale 5 gegen 5. Wo du Diana das erste Mal, glaube ich, gespielt hast? Oder so? Ja, viele Male hat Diana das erste Mal gespielt. Also, ja, viele Male. Ich habe generell den ganzen Tag heute die anderen gespielt. Kannst du Robert fragen? Ja, aber da war ich ja nie dabei. Ja, 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 ja. Ich rede von dem Mal, wo... Ja, 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 ja. Aber wir haben ja mehrere gemacht im Kasten. Ich rede von dem Mal, wo du den Midlaner, äh, der war gerade am Backporten. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, jetzt kannst du dich erinnern. WTF? Okay. Ich hätte Erinnerungen, Alter. Hey, Buka. Und jetzt ist Blöken. Zum Disrespect. Es ist Shyvana. Ah, dir geht wahrscheinlich so ein bisschen im Jungle. Und das ist Shyvana. Nee, Shyvana war doch tot. Erinnerst du dich nicht? Ich erinnere mich. Sehr gut. Doch, ich dachte wirklich, dass die Jungle geht, weil sie vorhin im Jungle rumgehandelt ist. Und wie sie sie jetzt wieder tue, sie zum Jungle... Es ist Shyvana, SS Wukong. Beide? Ja, beide SS. Beide SS. Beide SS. Das ist schnell. Aber die hat noch gar keine Ulti gerade ready. Deswegen, ja, farmt sie. Okay. Hey, they're big ass. Hey, they're big ass. Oh my god. Ja, okay. Exhaust. Diesmal? Okay. Aus von uns doch kein Exhaust. Ich weiß nicht, wieso schon mal noch mal geslowt wurde. Mysterion. Alter. Mysterion. Von Soft Park. Ja. Mysterion. Das ist jetzt auch gerade. Ich hab's nicht bloß im Soft Park heute. So gut ist die Serie jetzt auch. Nein. Das ist mega. Alter, die ist richtig geil. Informative... Killer Porn, oder wie hieß das? Was? Keine Ahnung. Es gab so ne Folge, die... Ach ja, wo sie, äh, wo sie dann, äh, die Eltern in Minecraft gelernt haben. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja, die Folge. Fuck. Mega. Ich versuch deine Leute zu jingeln. Nein, du lässt mir das nicht jingeln. Wie zählt mal in Minecraft kein Pferd? Ach, sehr gerne. Es ist Wugong und Shibana. Oh. 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 Das hast du nicht gesehen. Ach, warum hättest du eigentlich die ganze Zeit mit mir rum? Du bist eigentlich Spotlight. Keine Ahnung, weil es Spaß macht mit dir rumzulaufen. Oh. Ach, mit mir macht es nicht Spaß. Nö, du bist Level 9. Du bist scheiße. Auf Shibana. Auf Shibana. Wir gehen aber nicht auf Shibana. Ach so, doch, ja. Okay. Ja, okay, da war ihre Ulti raus. Irgendwie nerven mir die ganze Zeit nur die Shibana. Was machst du? Was machst du? Was denn? LoL. 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 hermano. LoL. LoL. HoL. LoL. Ne, ich hatte eh keiner Ulti, von daher wäre es's egal gewesen. Ja okay, das war... nie so lecker. Ach, das war eher... nie... minder lecker. Mega lecker. Minder lecker. A... Mugat schnittig. Mugat schnittig. Fuck 두fe. war das schon mal gut mit ich kann mich nicht nicht ein stück daran erinnern dass er mal gut war mit man sich wieder auf drei gegen drei gut mal karte mal sage ich wieder hoch weiter genau kassadin geht wieder hoch nigger jetzt ein wort gesagt ich bin auf dem weg nerven wir sie ich komme ich komme er kommt ich komme die dicke ladung wir müssen die daten Oh, achso. So, Gott. Haha, getreu. So, sehr schön. Oh mein Gott, der wäre. Okay, sehr schön. Würd ich mal sagen. Nice. Und ich hab einen Tower gekriegt, find ich auch gut. Ich wollte sowieso mal längst weggehen. Ach, ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Nein, ich mach das. Nein, ich mach das. Nose zu machen. Alter, wie ich mal eiskalt anerlebt. Das ist kühl. So. Ich bin levelig. Schön für dich. Ich freu dich mal. Ich brauche nicht sowieso nur für dein Ulti. Richtig. Oh, da wurdest du noch eiskalt gepaunt, ja? Da wurde ich noch eiskalt gepaunt. 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 Ja, genau. Gepaunt. Ja, genau. Gepaunt. Ja. Ja, demnächst auf YouPawn. Aber... Michi wurde gepaunt, oder? Ich wurde gepaunt. 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 Das ist noch gut. Also ich und Robert hatten vorhin den Ranked. Und das war noch schlechter. Da haben wir richtig beschissen gespielt. Aber wir haben gewonnen. Cool. AFK Leona. Im Gegnerteam. Cool. Oh, jetzt nehme ich auf die scheiß Eier. Perfekte... Perfekte Drecksuche. Jetzt bleib hier stehen. Du hast nicht versucht, hier zu battle. Jetzt wirst du auch gefickt hier, Alter. Du wirst hier gefickt worden. Was? Gama? 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 Was denken wir sie? Was? Wie kann der nicht da rausnehmen? So, wenn der aufgeworfen war, weißt du? Das ist doch irgendwie... Irgendwann treu. What the fuck? Was denken sie sich? Die sind zu dritt. Wir versuchen eine Feier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Carl Tankler. Ja, ich denke. Du Wura. Ich denke wie eine französische Nutte. So als Katze. Aber auch. Ich denke wie eine französische Nutte. Leute, ich looks wie eine. Du denkst. Das kann ich nicht nachempfinden. Weil ich lass... Dich lass ich nicht rankreifen. Ich bin keine... Oho. Denkst du mich wie eine französische Nutte? Hast du nicht gerade gesagt, du bist eine? Nein. Ich sagte... Andere Frage. Bist du billig oder was? Wie eine? Ja, wie eine. Ich sagte nicht, dass ich eine bin. Michael. Hast du eine schmutzige Fantasie? Du böse Junge, du. No homo. Was? Ich kann durch die Wall durch? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bitte nicht hier rein. Bitte nicht hier rein, ulti. Okay. Brrr. Ich geh mal in die hier rein. Und was hat das für einen Sinn? Kills? Ja, ja. Für die Gegner oder für uns? Das werden wir dann sehen. Das ist echt gut. Alter, wir hier beide einfach wegspringen können. Ja. Wow. 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 Okay. Mach was. Die Kneipe war zu hart. Ich bin ein steinernder Tanz. Ja. Läuft. Läuft. Das ist für mich richtig. Das ist ja sehr. Ähm. Oh, alter. Kassadin jetzt übertreibt. Das ist ja sehr. Verkrampft. Hä? 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 Äh. 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 Warte. Okay, ich nehme aber mir die Golden. Okay? Okay. Oh, was hier? Ich wollte das schnell. Nein! Oh, Mann, ich brauche das Geld. Äh. Nein, okay. Nein, alter. 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 So, jetzt gehe ich zurück, die französischen Nutten hier. Oh, ich dachte, du bist sie. Äh. Ich bin doch auch schnell. Ich bin wie eine. Ihr seid die französischen Nutten. Oder nein, die Gegner sind die französischen Nutten, weil die müssen alles tanken, was wir gegen schleudern. Ja, die dachte du. Ach, das ist mir alles zu kommuniziert. Ja, genau. Ich bin kranker Quantenphysik-Scheiß. Ja. Warte mal, Gott, noch ein bisschen. Brauchen die wohl. Ich, ich pushe doch. Ah. Ah. Ah, mein Rücken, mein Kreuz. 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 Das kann er nicht. Ah, mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken, mein Rücken. Ja. Ah, ja, du wirst grad von den Kassaden befickt. Da kommt auch, äh, Chirona von hinten. Soll ich versuch reinzukommen von der, was ich gar nicht baure? PAU Wirklich? Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Oh, und? Warum nicht? Weil ich nicht tanke, Alter Ich bin ein Stein Soll ich nicht tanke? Aua Nein, nein Karl, mach weg! Wie soll ich wegmachen? Baa Oh, okay Komm, Ignite, komm, Ignite Seid powerful, seid powerful Minion, Minion, deal damage Nooo Nein, nein, nein Nein Ich glaube nicht, dass es funktioniert What? Alter, ich glaube wir sollten mal langsam gehen Warum überleben die denn alles, ey Warum überleben die alles? Das ist ja wohl die bessere Frage Die haben jetzt, ich muss auch mit Fix überlebt Ich kann Nein, okay Nein, der hat Tiamat Komm Karl, Baby Los, du schaffst es Ich glaube auch nicht Aber Bro, Cut Bett, das heißt Besser Ja Alter, wie ich erst grad mal level 12 bin hier bis hinterher ein bisschen was ist deine ausrede was ist meine ausrede das ist nicht mehr so viel ja weil ich in letzter zeit die spätschichten hatte und ich das nicht so mag und warum kann ich auch nicht länger während spätschichten arbeiten warum karl warum ja weil du zweites lehrbeherr bist und das erstes was hat das damit zu tun du bist das schon länger gewöhnt und da ist gewonnen ich glaube oder wenn ich nicht Kaul vielleicht. Na, Kaul auch nicht. Nö, not today, not today. Nee, den Tower würde ich... Boah, den Tower hab ich! Ne, nimm ihn, nimm ihn! Hier bei STNI Gaming ist sehr viel Kameradschaft gefragt. Weicht das? Weicht das? Weicht das? Wir decken uns gegenseitig und drücken. Ja! Hä, wurde das jetzt wieder... Also, was ist behoben? Wurde das jetzt wieder geändert, dass man jetzt mit der Backport-Animation wieder Altar reinnehmen kann? Nein. Nicht? Immer so gewesen. Ne, ne, ne. Die hatten das mal in dem Patch irgendwie geändert. Es war mal eine Sekunde länger. Doch. Ja, da muss man... Das war, das war... Das ist immer noch so, dass das, wenn du direkt draufläufst und dann schon B drückst, bevor du eigentlich... Ach so, ach so. Du hast ja... so ein bisschen... Tower da, du Idiot. Gucken wir einfach durchlaufen. Oh, okay. Die haben aufgegeben. GG! Ja... Ja, das war ein bisschen... Langweilig hätte es am Ende zu irgendwie... Das war auf jeden Fall irgendwie... Ne! Na gut. Also, das war ein GG für uns. Ein GG für die Gegner nicht. Ein GG! Aber... Na gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Für ein 3 gegen 3 ranket. Oder 5 gegen 5 normal. Oder 5 gegen 5 ranket. Oder sowas. Alter, Karl hat's braun. Ja, okay. Ciao. Mal rein. Mal rein. Mal rein.